Guten Morgen! Ich bin heute schon etwas früher wach, weil ich heute nach Köln fahre. Ich treffe mich mit Herrn Bergmann und spiele eine Runde gegen ihn Bergstürmer. Und ich nehme euch natürlich da mit hin. Das habe ich mir gerade wegen einer anderen Ration vergessen, ein Ticket zu kaufen. Machen wir das gleich. Und gleich nochmal Rolltreppe fahren. Jetzt bin ich endlich im Zug angekommen. Ich habe jetzt 3,5 Stunden Zugfahrt vor mir. Ich würde sagen, ich schlafe jetzt einfach mal 1,2 Stunden. Wir sehen unseren Angelegenheit. So, ich bin in Köln angekommen. Ich grunde jetzt eine Karte und fahre direkt zu Ende Moll weiter. Dort treffe ich dann Herrn Bergmann und die ganzen anderen. Ich habe mir gerade einfach überlegt, ich laufe einfach die Strecke vor zum Hauptbahnhof. Die ist nicht allzu weit von Deutsch aus. Das ist eine Station S-Bahn theoretisch. Die Strecke ist eigentlich ganz schön, deswegen zeige ich euch einfach mal den Weg. Ich bin jetzt schon fast am Hauptbahnhof. Man kann ja von hier aus schon sehen. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich noch einmal quer über die Domplatte muss. Und jetzt geht es jetzt ab zum Drehen. Voll krass, im Tunnel sind immerweil gerade Fittiesten. Das ist wirklich krass. Jetzt muss ich noch dahin laufen und gleich bin ich da. Könnt ihr auch gerne mal, wenn sie vorbeibucken. Übrigens hallo, liebe, äh, wer ist denn deine Zuschauer? Ne, die haben keinen Namen. Das sind Veggies und Abonnenten. Kennst du sie? Voll krass. Hallo, Abo, Abonnenten. Oh, ich krieg das mal. Jetzt haben wir genau über die Brücke, die wir gerade drüber geredet haben. Wir sind mit dem Spiel auf dem Weg nach Hause. Ne, yo, ich bin wieder zurück jetzt. Gerade eben angekommen und ich habe mir gedacht, ich reflektiere das Ganze noch mal ein klein bisschen mit euch, was heute alles passiert ist. Für mich persönlich war das ein ultra krass geiler Tag. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, vor allem die drei mal wiederzusehen. Es war extrem spaßig auch, wenn ich am Ende dann leider verloren habe im Bad Wars. Ähm, ich bin nicht mit dem Ziel hingegangen zu gewinnen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr cooler Tag. Und ich bedanke mich bei euch natürlich noch mal, dass ich da teilnehmen konnte bei Endemol. Es ist ja echt sehr, sehr cool und ich kann jedem von euch, der jetzt gerade das Video anschaut, auch nur wärmstens ans Herz legen, sich anzumelden. Also, ich hatte seit langem nicht mehr so viel Spaß. Und ich würde sagen, haut rein Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!